Hallo, hier ist der Ralf von Jottoland. Ich habe ein kleiner Quick-Tipp für euch und zwar, wie bekomme ich ein schweres Jottodach einfach gut und stressfrei nach oben. Jetzt kann ich natürlich hingehen und wie der Ochs am Seil zerre. Das zeige ich euch. Da kann ich jetzt ziehen und zerre und ich mir schiere einen ab. Mit meinen fast 100 Kilo habe ich da keine Schwierigkeit. Ich hänge mich einfach dran. Aber jetzt so ein halber Hempfling, wie kriegt der das Jottodach nach oben? Da kann man nämlich ganz einfach hier, pass auf, Ihr müsst einfach nur diese beiden Stangen etwas mehr in der Mitte zusammennehmen. Sprich, macht sie möglichst breit beim Aufbau, zieht locker das Dach hoch und den Rest macht ihr dadurch, indem ihr dieses Zweibein zusammenzieht. Tschüss, euer Ralf von Jottoland.